Hallo zusammen, hier ist Anja Schäfer. Am Sonntag, den 10.11.2024, habe ich im Rahmen des Bachheimer Club Taunus bei Peter Denk in Kirchheim einen Vortrag gehalten über Omnic Onnic, die Frau von der Venus, über unsere gemeinsame Zeit der letzten 30 Jahre, die spirituelle Botschaft und vieles mehr. Es gibt zwar keine Videoaufzeichnung, doch es gibt eine Tonaufzeichnung und die Präsentationsslides inklusive einiger kleiner Videos und auch Fotos, die ich öffentlich noch nie gezeigt habe. Weiterhin in den letzten Minuten dieses Vortrages kündige ich auch die zwei nächsten großen physischen Konferenzen an, die durch mich organisiert werden. Das eine ist die Sternenerde-Konferenz, Planetarische Aufstiegskonferenz wieder auf Schloss Hohenfels vom 3. bis 6. Juli 2025. Der Ticketverkauf ist geöffnet und du findest alle Informationen darüber, welche Sprecher dabei sind, Musiker dabei sind in der YouTube-Beschreibung. Und damit du es jetzt schon mal als erstes auch hörst, an diesem Wochenende des 9. und 10. November habe ich auch mit Peter Denk und dem dortigen Eventmanager Swami Madhava zusammengesessen und wir haben zusammen einen Termin gefunden für die nächste ultimative UFO-Enthüllungskonferenz, die vom 13. bis 17. Mai 2026, also über viereinhalb Tage, dann dort in der Eventhalle in Kirchheim stattfinden wird. Alle Sprecher der diesjährigen UFO-Konferenz sind wieder eingeladen, die meisten haben auch schon zugesagt und es wird noch einige mehr geben. Ich freue mich auf dich und auf alles, was da auf uns zukommt, denn wir sind in einer großartigen Zeit. Bis dahin, viel Spaß mit meinem Vortrag. Tschüss. Danke, Peter, erst mal. Danke, lieber Ort, dass ich hier sein darf. Danke, Swami Madhava, dass ich hier sein darf. Und danke an euch, dass ihr hier seid und dass ihr mir die Gelegenheit gebt, ein wenig zu teilen von dem, was ich erfahren habe, was ich gelernt habe und was vor uns liegt, von dem, was hinter mir liegt, hinter euch zum Teil auch. Ihr werdet euch bestimmt in der einen oder anderen Facette wiedererkennen. Wer von euch kennt Omnic-Onic gar nicht, hat noch nie etwas von ihr gehört. Das ist ja phänomenal großartig, das sind so viele, dass ich ja sozusagen ganz am Anfang anfangen darf. Wer von euch hat schon mal etwas davon gehört, dass es auf der Venus, ich rede jetzt mal nur von der feinstofflichen Ebene der Venus, die physische Venus ist auch noch etwas anderes, die werde ich auch erwähnen. Wer hat schon mal davon gehört, dass es auch auf der feinstofflichen Ebene der Venus Leben gibt oder Leben geben kann, geben kann, könnte. So, gut. Darum geht es jetzt unter anderem. Ich habe eine Präsentation für heute vorbereitet und ich werde versuchen, viele Facetten abzudecken. Einerseits möchte ich Omnic-Onic vorstellen und ihre Geschichte erzählen. Das Alleinen kann Stunden füllen. Das füllt auch zwei Bücher, die liegen hinten auf meinem Tisch, ihre Autobiografie. Ich möchte allerdings natürlich auch gerne ein bisschen schauen, dass ich auch ein paar Erfahrungen mit euch teile, ein bisschen was aus der langen Zeit rauspicke. Da habe ich auch ein paar Fotos mit integriert, die ich einfach so rausgepickt habe. Ich habe so ein Pool an Foto- und Bildmaterial und Videomaterial, das sich über die ganzen Jahrzehnte angesammelt hat. Und ich werde natürlich auch schauen, dass ich ein wenig etwas von der Botschaft und von der Mission, die Omnic mitgebracht hat und die auch weitestgehend zu mir übergegangen ist oder die einfach auch ich mit ihr teile, dass ich auch davon etwas vermittle. Und dann sind auch noch zwei, drei Aspekte neu dazugekommen, die ich als Inspiration empfangen habe, während ich gestern und heute im Tempel in den Prayer teilgenommen habe. Und wie ich meistens so anfange, weiß ich immer nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen fange ich einfach an, da wo es anfängt. Deswegen brauche ich immer noch meine Präsentation. Ich könnte natürlich auch reden, 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 aber mein roter Faden, den ich vorher mir, als ich ganz im Ruhezustand sozusagen war und über ein paar Wochen überlegt habe, was mache ich, wenn ich hierher komme, diesen roten Faden, der hilft mir einfach, damit ich mich dann so ein bisschen so dran langkangeln kann und ein Konzept habe gewissermaßen. Weil jedes einzelne Bild, was ich jetzt zeige, führt wieder in neue Geschichten und in neue Tiefen. Und man könnte aus jedem eine Riesen-Story machen. So, Omnik Onnik, Botschafterin von der Venus. Genau, wir fangen jetzt mal mit einem Sound an. Nuri Bani ist ein Mantra. Omnik sagte immer, es sind Sanskrit-Begriffe, das wissen wahrscheinlich einige von euch besser als ich. Und es soll Licht und Klang heißen. Und der Grund hinter diesem Mantra ist der, dass in der Information, die Omnik weitergibt, in der spirituellen Lehre, das ganze Universum auf Licht und Klang basiert, dass also die ganze Schöpfung aus Licht und Klang entsteht, entstanden ist, entstehen wird, da gibt es ja keine Zeit. Und das ist hier Omnics Stimme, deswegen habe ich jetzt damit gedacht, beginne ich, damit ihr sie wenigstens schon einmal hört und einen kleinen Eindruck bekommt. Das ist ein Mantra, was sie singt. Nuri Bani Hello, my name is Anik Anik. I come from the planet that you know as Venus. I would like to give you a Venusian greeting, which means may the universal love and blessings be. Amula, Abak to Barak Abishad. Amula, Abak to Barak Abishad. Amula, Abak mögen universelle Liebe und Segnungen sein. So, jetzt fangen wir mal erstmal ganz 3D-mäßig pragmatisch an. Das ist eine Darstellung, vermutlich entspricht sie der wissenschaftlichen Wirklichkeit, der Größendimensionen, Schwesterplaneten Erde und Venus. Die Venus ist der Erde sehr nah, sie ist ihr physisch sehr nah und sie ist ihr geschichtlich sehr nah. Jedenfalls laut der Informationen, so wie Omnic Onyx sie teilt, gab es einst eine Zivilisation auf der physischen Venus vor langer, langer Zeit. Doch nicht nur auf der physischen Venus, sondern auch auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem. Omnic selbst spricht von Mars, Venus, Saturn und Jupiter. Ich kann nichts über die anderen Planeten dieses Sonnensystems sagen, denn das ist so, wie sie es übermittelt hat, der Ursprung der Menschheit auf der Erde vor sehr, sehr, sehr langer Zeit, dass er mit der Bevölkerung, der Kolonialisierung von diesen Planeten begonnen hat. Andersrum gesagt, ihre große Geschichte des Universums, des Sonnensystems und der Besiedelung unseres Sonnensystems beginnt praktisch so, dass dieses Sonnensystem natürlich vor einer Ewigkeit entstanden ist und dass die älteren Planeten Venus, Mars, Saturn und Jupiter seien und dass dort, als diese dann Lebensformen beherbergen konnten, Völker aus anderen Galaxien irgendwo von der ganzen Galaxie in dieses Sonnensystem gereist sind, um diese Planeten, die ganzen alten Planeten überhaupt erst mal zu besiedeln. So beginnt die Geschichte, die ist also vor sehr, sehr, sehr langer Zeit, spannt Omnic in ihrer Autobiografie und später auch in ihrem Hauptvortrag, die unbekannte Geschichte unseres Sonnensystems und die spirituelle Transformation der Erde, das ist die Facette, warum sie da ist, ein Aspekt ihres Hierseins, ihres Grundes, warum sie da ist. So beginnt die ganze Geschichte, dass es einst unter anderem eine Zivilisation auf der Venus gab. Im Laufe der ganzen Geschichte der Venus und auch der anderen, doch ich zoome jetzt mal an die Venus ran, schildert Omnic es so, dass diese Zivilisation auch durch einen ähnlichen Aufstiegsprozess gegangen ist, so wie sie die Erde heute erlebt und wie sie die Menschheit heute erlebt. Es ist also auch ein Aspekt wiederum, warum sie hier ist, nämlich um auch als Lehrerin hier zu sein und in komprimierter Form die Information zu vermitteln, wie wir diesen Weg auch gehen können. Und zwar den Weg der Schwingungserhöhung über die Realisierung der Liebe und der göttlichen Gegenwart in uns selbst, in jedem Einzelnen. Sie bringt sozusagen die Erinnerung an den Ursprung der Seele und an die Erinnerung zurück. Das ist eine Hauptaufgabe und sie sagt auch von sich selbst, dass der Name Omnic Onnic praktisch in übersetzter Form spirituelle Rückverbindung bedeutet. Es ist also schon vom Nomen est Omen, vom Namen her, von der Schwingung ihres Namens aus venusischer Sicht ihre Hauptaufgabe, die Menschen daran zu erinnern, dass sie Seele sind und dass sie alle göttlich geliebte Wesen sind. Und diese Menschen, die damals, sie sagt auch, es sind Menschen gewesen, also die Menschen, die damals das Sonnensystem besiedelt haben, die hatten dieses komplette vollständige Wissen noch. Sie waren also total in ihrer Präsenz, in ihrer Gottpräsenz. Sie waren verbunden mit allen Dimensionen, sie konnten auch durch die Zeit reisen, sie konnten durch die Universen reisen, sie hatten die Technologie und waren im Einklang mit der Schöpferkraft. Als ihre eigenen Planeten dann eben durch einen Evolutionszyklus gegangen sind und kein physisches Leben mehr beherbergen konnten, sind sie sozusagen aufgestiegen. Ich kürze das jetzt mal gravierend ab. Und dort existieren sie laut OMNEC auch heute noch. Also auf einer höheren Schwingungsebene der Venus gibt es, so sagt sie, immer noch eine Gesellschaft, eine Zivilisation, die wie ein Duplikat des Physischen ist. Sie sagt, dass die Venusier aufgrund ihrer Liebe für den Schöpfer, für die Gottheit, die alles erschaffen hat und wegen ihres Bewusstseins und ihrer Hingabe auch an den Dienst und ihres ganzen Wissens, weil sie eben so eine vollkommene Selbstrealisierung sozusagen hatten, haben sie wie eine Art Segen bekommen, so beschreibt sie es, und sind als Gesellschaft in eine höhere Schwingungsfrequenz angehoben worden. Wir können uns das fast so vorstellen, dass das mit den Menschen auf der Erde, die diesen Weg auch gehen wollen und die sich auch für diesen Weg als Seelen entschieden haben und deswegen jetzt inkarniert sind, dass sie das sozusagen auch so erleben, diese Anhebung der Schwingungsfrequenz. Und ich komme direkt zum nächsten Aspekt, genau zum nächsten Slide. Das sind Abbildungen, ich habe auch nur diese zwei Abbildungen tatsächlich, die von Künstlerinnen mal gemalt worden sind, die ein bisschen darstellen, wie man es sich auf der astralen Ebene der Venus vorstellen kann. Natürlich wie eine Paradieswelt, wie eine Märchenwelt. Und ihr kennt viele Strukturen, die sind auch in wunderschönen Tempelanlagen. Natürlich, da kommen auch die Inspirationen her zum Teil, also auch Tempelanlagen wie diese. Und viele Orte und religiöse Städten auf der Erde haben natürlich irgendwo die Inspiration, also die ursprüngliche Führung hat diese Inspiration auch aus den höheren geistigen Welten empfangen. Und deswegen gibt es diese Strukturen, wie zum Beispiel diese Kuppeln oder einfach diese Zwiebeltürmchen und so weiter, natürlich zum Teil auch auf der Erde. Das kann man sich schon so vorstellen, dass das wie so eine Art Vorlage ist in der geistigen Welt. Nur natürlich ist es hier, wir sehen es auch an diesem ganzen farbigen, an dem farbigen Himmel und an dieser ganzen Harmonie, die hier dargestellt wird, ist dort eben auch dieses Bewusstsein präsent, omnipräsent, also das Bewusstsein der Liebe, der Schöpferkraft, des Einklangs mit der Schöpferkraft, im Gegensatz natürlich zu dem, was wir seit langer, langer Zeit auf der Erde kennen. Doch das ist eben der Grund ihres Hierseins und der Grund, warum ich hier bin, der Grund wahrscheinlich, warum die meisten von euch oder alle hier sind, ist, dass wir in dieses Bewusstsein wieder zurück erwachen und dass wir uns auch die Erde zu so einem Paradies wieder zurück erschaffen, kann man sagen. Und wir haben ja gestern gehört, dass das auch eine Botschaft war oder ist von der Petra Köhne, dass Mutter Erde um Hilfe ruft. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum viele von uns inkarniert sind, warum auch Omnic hier ist, schon seit längerer Zeit. Und es wird natürlich immer brisanter gewissermaßen, dass wir tatsächlich jetzt auch aufgerufen sind, tatsächlich in dieses Erwachen zu finden und in diesem höheren Bewusstseinszustand uns bewusst auch wieder hineinbegeben. Die Frage ist natürlich, wie schaffen wir das? Und dafür sind Lehrer wie Omnic Onnic und Orte wie dieser natürlich da, weil wir hier die Informationen und die Energie bekommen, die wir brauchen, um das dann wiederum in unserem Bewusstsein wahrzunehmen, zu integrieren und mit nach Hause zu nehmen und mit in unser Leben und in unseren Alltag zu übermitteln. Es ist ja nicht mehr die Zeit, wo wir ausschließlich in der Meditation auf einem Berg sitzen, sondern wo wir die Inspiration empfangen und sie dann eben integrieren und hier und jetzt und heute in unsere Leben und in unseren Alltag integrieren, weil das ist die Schwingungsfrequenz, die letztlich die Transformation zur Folge hat. Es sind wir, es ist nicht die Außenwelt. Die Außenwelt folgt der Erkenntnis der Innenwelt. Omnic, hier kommen wir jetzt zu den Ufos, venusische Raumschiffe, beschreibt von sich selbst, dass sie 1955 mit einem Ufo, mit einem Mutterschiff zuerst und dann mit einem kleinen Scout-Ship, so wie es eben hier auch dargestellt worden ist, das ist hier George Adamski, das ist eine der amerikanischen Kontaktpersonen, auch aus den 50er Jahren in den USA, dass sie mit so einer Art von Ufo auch auf die Erde gebracht worden ist. Also jedenfalls innerhalb der Atmosphäre der Erde. Doch wir müssen natürlich einen Schritt zurückgehen. Das ist ein Mutterschiff, das ist auch ein Originalfoto von George Adamski mit diesen kleinen Scout-Ships, die drumherum fliegen. Das ist also so ein großes Trägerschiff und da passen dann ganz viele Kleinen rein. Also soweit ich informiert bin, sind die großen Mutterschiffe, das ist jetzt so ein zigarrenförmiges Raumschiff für die Landstreckenflüge im Universum, da und im Sonnensystem. Und die Kleinen sind dann eben die kleinen Transportschiffe, die dann natürlich zum Beispiel jetzt in die Atmosphäre der Erde, die dann dort raus büsen und dann eben ihren Gast, oder in dem Fall war es eben die Omnicke in Begleitung ihres Onkels, dass sie dann eben so direkt abgesetzt werden können auf der Erde. Und das sind auch häufig die Sichtungen in den 50er, 60er Jahren gewesen oder auch heute kennen viele sicherlich die Ufo-Sichtungen, dass es sehr viele verschiedene Formen von Ufos gibt. Die sind nicht alle so in der Form. Das ist eben die typische Abbildung basierend auf den Fotos von George Adamski. Das ist auch ein Originalfoto, einige von euch haben die sicherlich gesehen. Das sind zwei grafische Darstellungen, die waren früher im Buch drin auch von George Adamski. Das ist ein Buch, das, ich glaube, fliegende Untertassen sind gelandet. Das ist in den 50er Jahren herausgekommen. Und dafür wurden diese Grafiken erstellt, basierend auf den Aussagen und auf den Zeichen und auf den Fotos von George Adamski. Und in Omnix Buch ist das auch abgebildet. Sie hat sich das auch übernommen, weil sie natürlich gesagt hat, genau das ist das, so wie ich auch gekommen bin. Das ist genau diese Technologie. Und da sind auch Erklärungen drin, wie diese Technologie funktioniert und wie sie eben genau hergekommen ist. Dazu komme ich gleich noch ein wenig genauer. Omnix Reise zur Erde. Auch hierfür habe ich jetzt ein Video. Das hat mal ein Freund von uns erstellt als ein Geschenk. Das ist ein Motion Graphics Video Designer, der war und ist ein Freund von Omnic, ein Fan von Omnic, von ihrer Geschichte. Und der hat sich mal irgendwann freiwillig erklärt, hat gesagt, ich möchte so gerne mal die Omnic-Geschichte visuell darstellen. Und das war natürlich und ist ein Geschenk. Denn ihr hört jetzt mich und die meisten von euch kennen die Geschichte noch nicht. Doch hier wird es dann eben auch nochmal visuell dargestellt. Was ihr jetzt hier sehen werdet, ist der Transfer, also die Art und Weise, wie Omnic gekommen ist. Denn man muss es sich so vorstellen, ihr könnt es euch so vorstellen, dass auf der Venus laut ihren Aussagen und laut ihrer Autobiografie sowie auch auf den anderen oder auf allen oder den anderen älteren Planeten in unserem Sonnensystems, dass es dort Städte gibt, die als Transferstationen genutzt werden, die multidimensional existieren, die also sowohl physisch dort sind, als auch astral und gewiss auch in den höheren Dimensionen, wie Transferstationen. Und Omnic sagt, als ihr Zeitpunkt dann dran war, in Begleitung ihres Onkel Odins auf der Astralebene der Venus, in die Physis überzugehen, sind sie in diesen Tempel gegangen, diese Tempelanlage, diese Transferstation. Und dort hätten sie dann eben sich einen physischen Körper manifestiert. Wie das genau funktioniert, nutzt eure eigene Vorstellungskraft. Vielleicht mit einem Mantra, vielleicht mit Kristallen, mit einer höheren Technologie. Omnic sagt, dass in diesen Transferstationen, dass sie sich nicht nur physische Körper manifestieren können, sondern dass sie sich auch Technologie manifestieren können und alles, was sie eben im physischen Universum brauchen. Umgekehrt geht es natürlich genauso. Also wenn die Materie beherrscht wird, wenn ein Wesen oder ein Volk die Materie beherrscht, durch ihr Bewusstsein, dann können sie ebenso gut auch die Schwingung anheben. Und sie sagt, sie ist mit ihrem Onkel Odin zusammen durch diesen Transferprozess gegangen. Und er hätte sie auch begleitet. Und er ist Wissenschaftler und hätte sich auch dafür entschieden, in die physische Realität runterzugehen, also die Schwingung zu verdichten, um im physischen Universum zu wirken. Einerseits, weil er ihr Kontaktmann oder ihre Kontaktperson geblieben ist auch. Natürlich nicht physisch, er hat sie halt hergebracht und begleitet, aber sie sagt immer, er ist nicht hier geblieben, sondern er existiert auf einem Raumschiff und arbeitet mit auf seine Weise an der Transformation der Erde und mit Technologie. Und sie ist diejenige, die im Körper eines siebenjährigen Mädchens dann eben zur Erde gebracht worden ist. Zuerst mit einem Scout-Ship, wie ich eben schon gezeigt habe, ins Mutterschiff, dann mit einem Mutterschiff in die Atmosphäre der Erde, von dort wiederum in ein kleines Raumschiff und dann zunächst in einen Tempel in Tibet. Dieser Tempel in Tibet, vielleicht gibt es auch mehr, mir ist nur von diesem einen, sie hat immer von diesem einen erzählt, dass der schon seit tausenden von Jahren von Raumfahrern benutzt wird, die in die physische Erdwirklichkeit kommen, als Übergangsstation, um sich zu akklimatisieren. Denn wenn man sich vorstellt, vielleicht habt ihr schon mal Astralreisen gemacht oder Erlebnisse gehabt eines erweiterten Bewusstseinszustandes oder eines außerkörperlichen Bewusstseinszustandes, es ist die ultimative Freiheit. Es ist ja so, dass das Bewusstsein nicht an den Körper dann gebunden ist. Und es gibt die Fähigkeit des Hellfühlens, es gibt die Fähigkeit der Wahrnehmung, der außersinnlichen Wahrnehmung und des Rundumblicks. Und das ist absolute kreative Freiheit. Und das ist das, was Omnic schildert, so wie sie es auf der Astralebene der Venus eben auch gelebt hat. Die Fähigkeit, mit einem Gedanken unmittelbar etwas zu manifestieren oder sich zu teleportieren. Diese ganzen Fähigkeiten, die sind ja dann alle nicht mehr da, wenn der physische Körper erstmal sozusagen wie ein Kleid drumherum ist, um diese Freiheit, um diesen Astralkörper und um die Seele. Und deswegen, sagt sie, ist sie zuerst nach Tibet gebracht worden, um dort eben die Akklimatisierung durchzuführen und sich richtig zu gewöhnen an diesen Körper, an die Dichte, um sprechen zu lernen, um ihre Stimme zu trainieren. Deswegen auch das Mantra am Anfang. Sie sagt, sie hat dort in den Bergen dann das Nuri Barney zum Beispiel gesungen, weil sie damit eben auch mit dem Echo der Berge sich selbst wahrgenommen hat und gelernt hat, zu sprechen, die letztlich dann natürlich auch die englische Sprache gelernt hat, weil sie wurde ja physisch vorbereitet, um durch ein anderes Mädchen, um ein anderes Mädchen physisch zu ersetzen. Sie ist kein Walk-in. Das ist immer etwas, was Menschen manchmal schon kennen und dann denken, ah, ja, genau, die Omnic ist ein Walk-in, die ist also als Seele in einen anderen Körper reingeschlüpft. Aber so ist ihre Geschichte eben nicht. Ihre Geschichte ist eben anders. Und auch aus meinem Wissen heraus einzigartig. Mir ist bisher keine andere Omnic begegnet oder ein ähnliches Wesen, das von sich selbst dieselbe Geschichte erzählt, nämlich, dass sie eben physisch gebracht wurde als sie mehriges Mädchen und dann hier ausgetauscht wurde. Sie wurde also praktisch so gut vorbereitet, dass sie die Sprache kannte, sie kannte die familiären Verhältnisse, sie wusste genau, die Vorbereitungen wurden aus der geistigen Welt und aus der lichtvollen geistigen Welt und von ihren venusischen Onkeln so perfekt praktisch getroffen, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt dann in Amerika, als das andere Mädchen gerade in einem Bus war und in einem Bus Unglück ums Leben gekommen ist, dass sie dort eben physisch gerade hin positioniert wurde und dort ausgetauscht wurde. Und da ist diese Geschichte, die ich jetzt eben noch mal in meinen Worten dargestellt habe, die muss man manchmal öfter machen, um sie zu erfassen, weil das echt mindblowing ist. Das ist so ungewöhnlich. Und das wird hier jetzt noch mal visuell dargestellt. Das ist so ungewöhnlich. Das ist so ungewöhnlich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. die weiterentwickelten Wesen, die haben relativ verzweifelt versucht, Lösungen zu finden, wie können wir denn den Menschen auf der Erde helfen, damit sie sich wieder erinnern an das, was sie wirklich sind. Denn die haben ja alles vergessen. Und die sind ja in dieser, wir nennen es ja Matrix, also die sind ja so eingesperrt in ihren Glaubens- und Gedankensystemen und so kontrolliert und manipuliert, die kommen ja da gar nicht mehr durch. Und so haben sie dann eben Lösungen gesucht und OMNIC war eine ihrer Lösungen, dass sie gesagt haben, wir wollen mal schauen, wie das ist, wenn wir ein Mädchen von uns mit vollem Bewusstsein in die Menschheit einschleusen, überlebt die das? Das war überhaupt wichtig zu wissen. Und wie überlebt sie es? Wie kommt sie klar mit den Bedingungen der Menschen auf der Erde, mit diesem niederen Bewusstsein? Wie kann sie das? Kann sie da überhaupt gesund mit fertig werden? Oder wird sie wahnsinnig oder wird sie krank oder sonst was? Und sie war sowas wie ein, ja, wie auch ein gewissermaßen wie ein spiritueller Spion. Sie musste halt herausfühlen, was ist wirklich hier das Problem, damit sie auch Lösungen anfangen konnten zu entwickeln und nach und nach auch Lösungen in intensiverer Form bringen konnten. Wir müssen daran denken, als OMNIC kam, war es 1955. Also das war, ich glaube, Zeit des Kalten Krieges. Das wissen alle politisch Informierten noch viel besser. Also es war die Zeit, wo die mit Atomwaffen rum experimentiert haben und wo schon Atomzerstörungen auch schon hinter gelaufen sind. Also wirklich, also die Gefahr, dass der ganze Planet in die Luft gesprengt wird, so wie es ja auch schon, wissen sicherlich einige, auch schon mit anderen Planeten passiert ist, wegen der Zerstörung. Wenn die zerstörerische Kraft sozusagen überhand nimmt und das Herz und die Spiritualität sich nicht mitentwickelt in gleicher Weise, dann besteht die Gefahr, dass dann letztlich der ganze Planet in Schutt und Asche gelegt wird. Und diese Gefahr bestand bei der Erde auch. Und deswegen, weil die Venus ja eben Schwesterplanet zur Erde, weil sie in uns auch physisch, also im Universum, im Sonnensystem so nah sind, sie sind ja unser Nachbarplanet, sind sie auch von allem beeinflusst, was auf der Erde losgezündet wird. Also wenn hier irgendwas Atomkraftmäßiges passiert, zerstörerisch passiert, dann hat das nicht nur einen Einfluss auf die Erde, sondern auch auf die ganze Galaxie, auf das ganze Sonnensystem. Und deswegen war die Alarmbereitschaft unter den Außerirdischen, die ein liebevolles, schützendes Auge auf die Erde haben, eben sehr, sehr erweckt, als die Zerstörung zu großes Ausmaß anfing anzunehmen. Und darum fingen die ganzen Kontakte in den 50er Jahren so an, sind so auffällig geworden. Das war mit George Adamski, den habe ich schon gezeigt, Howard Menger. Es sind viele Kontakte passiert in der Zeit, weil sie eben anfingen, in verschiedener Weise Informationen, Lehrer und eben auch Kontaktler hier zu bringen. Und OMNIC war eben auf ihre spezielle Weise eine von denen, die sie gebracht haben, um hier eine Veränderung zu bewirken. Das ist Wendell C. Stevens, das ist der US-Körnel und Retired Air Force-Körnel, genau, der ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren verstorben. Er war der Erste, einer der Ersten, der OMNIC damals mal in einem Radio gehört hat. Da gab es noch, da war sie schon auf dem Weg in die Öffentlichkeit sozusagen. Sie wurde ja von ihrer inneren Führung natürlich immer geführt und angeleitet. Und die entsprechenden Menschen sind dann mit ihr in Kontakt gekommen. So wie eben in dem Fall Paul Twitchell, das ist der Mann auf dem linken Foto. Das war der Gründer der spirituellen Organisation Eckern K. Aber das ist eine andere, eine größere Geschichte. Das ist auch in ihrem Buch beschrieben. Man könnte, wie ich vorhin schon gesagt habe, in jedes Feld extrem reinzoomen. Und Wendell C. Stevens kam eben später ins Feld und hat ihr dann auch die erste Plattform gegeben, öffentlich zu sprechen. Und auch das ist auf meinem YouTube-Kanal ein Video von, ich glaube fast, das muss ihr erster Vortrag überhaupt gewesen sein, von 1991, wo Wendell sie noch vorstellt, wo er noch sagt, wie beeindruckt er von ihrem Wissen gewesen ist und wie sie auch mit den kritischen Fragen umgehen kann. Immer in stoischer Ruhe, mit absoluter liebevoller Gelassenheit hat die sich wirklich auch den Medien und der Öffentlichkeit förmlich zum Fraß vorgeworfen. Man kann sich vielleicht vorstellen, heute geht es ja schon einigermaßen. Aber was die Frau alles mitgemacht hat, als die anfing, mit ihrer Information in die Öffentlichkeit zu gehen, nicht nur, dass es Außerirdische gibt, sondern Leben auf anderen Planeten, dann noch in anderen Dimensionen. Und was nicht alles noch dazugehörte, die ganze Spiritualität, die Liebe, die sie gebracht hat, das triggerte so enorm. Triggern ist jetzt ja ein Modewort, aber zu der Zeit war das das, was einfach wirklich extrem passiert ist. Und natürlich ist sie als feinfühliges, feinstoffliches Wesen, das sie ja auch ist, davon nicht unberührbar. Und natürlich hat sie das auch getroffen, in irgendeiner Weise. Und deswegen wurde sie auch laut ihren eigenen Aussagen alle paar Jahre mal aufs Raumschiff geholt und wieder repariert, damit sie ein paar Teilungen bekommen. Also höhere Form der Heilung, damit sie mit dem Ganzen, dass sie das wieder ausbalancieren konnte und weiter existieren konnte. Denn es war einfach extrem schmerzhaft, hier zu sein, als total lichtvolles Wesen, was nichts anderes kennt als Einheit. Und dann mit diesem ganzen getrennten Bewusstsein, die ganze Zeit fertig zu werden, mit den vielen Urteilen und Kritisieren, dem sie ja sich selbst wirklich sehr, sehr stark ausgesetzt hat. Und Wendell Stevens war jedoch aber eben wiederum einer der Guten sozusagen. Er war ja auch innerlich geführt und hat dann eben auch als erster ihr Buch herausgegeben. Also dieses ursprüngliche Buch von Venus I Came kam 1991 durch Wendell in einer Mini-Auflage von tausend Stück zum ersten Mal raus. Ist also auch heute eine teuer gehandelte Rarität, wie ihr euch vorstellen könnt. Und so fing es an. Interessanterweise, auch das ist wieder so eine Sache, was hat jetzt diese Omnic und diese ganze Venus-Geschichte mit Deutschland zu tun? Das ist so spannend zu erforschen und auch tiefer, diese Aspekte sich anzuschauen. Denn da gibt es wirklich größere Zusammenhänge, als man sich vorstellen kann. Denn was ich hier erzähle, das sind ja Tatsachen. Gut, Omnic-Geschichte kann man glauben oder fühlen, dass es war es oder nicht. Das ist die eine Sache. Aber die Geschichte, wie sie dann tatsächlich physisch hier auch in die Öffentlichkeit gegangen ist, die ist dokumentiert. Damit meine ich, dass damals Michael Hesemann, das war damals einer, der UFO-Kongresse organisiert hat, der war in Amerika und hat die Omnic-Sprechen gesehen und hat die direkt nach Deutschland importiert. Der hat dafür gesorgt, dass die, ich glaube, 1993 das erste Mal auf einem großen UFO-Kongress in Düsseldorf gesprochen hat. Und in dem Zusammenhang tauchte dann auch sofort der richtige erste Verlag auf. Das war der Omega-Verlag. Und schwupp war Omnics Buch auf Deutsch. Erhältlich. Und zack, war sie dann auch noch in den deutschen Talkshows. Und nicht nur das, sondern sie blieb hier kleben. Also Omnic war von dem Zeitpunkt an nur in Deutschland. Es gab nie ein weltweites Riesenmanagement. Es gab nie diese Form von, wow, die Omnic ist jetzt irgendwie sichtbar und jetzt kommt das große, was weiß ich, Erwachen und wir importieren sie in alle Länder und es wird in alle Bücher übersetzt. Nein. Die Wege der venusischen Wirkung, die sind so anders, als man sich das vielleicht auch vorstellen kann. Es geht ganz, ganz stark von Herz zu Herz, von Mensch zu Mensch, im Kleinen. Omnics Aufgabe war, im Kleinen zu wirken. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass viele von euch noch nicht von ihr gehört haben. Es ist nicht schlimm. Es ist kein Wunder. Denn sie ist einfach nicht wirklich in die riesengroße Öffentlichkeit gekommen. Und vielleicht kommt ihre Geschichte irgendwann mal groß raus und kommt dann in die großen Hollywood-Kinos. Doch bis jetzt, zu ihren Lebzeiten, war das alles so eine kleinere Geschichte. Und auch ich habe mich, ich komme ja gleich hier auch noch mit ins Bild rein, ich habe mich immer gefragt, mein Gott, wieso ich, ich kann nichts, ich bin viel zu unsicher, ich habe kein Geld, wieso bin ich jetzt diejenige, die ausgerechnet an Omnics Seite. Warum ausgewählt ist, wie ausgewählt ist. Warum habe ich mich als Seele ausgewählt, diese Rolle zu übernehmen. Also Überforderung war noch untertrieben, was ich viele Jahre lang meistens erlebt habe. Das ist das Buch, genau das alte Cover. Ja, Omnics und Anja, die Anfänger. Also das sind 1997. Die Geschichte habe ich in meinem Buch aufgeschrieben. Also wenn jemand Details lesen möchte, ich habe es vor einem Jahr, habe ich plötzlich die Inspiration bekommen und habe das mal alles ausgegossen, also wie das alles genau zustande kam. Es ist einfach wirklich, wenn man sich das anschaut und dann vielleicht auch mal sein eigenes Leben mit dieser Brille des Staunens anschaut, dann kann man sehen, wie geführt alles ist und wie wundervoll, göttlich, kosmisch orchestriert wirklich alle Begegnungen sind und wie alles irgendwie zusammenpasst. Es ist ein Wunder. Ich hatte schon früh, mit 15 ungefähr, fing ich an, mich zu interessieren, wer bin ich und so und außerdem war ich kontinuierlich unglücklich verliebt. Ich hatte nie irgendwie Glück mit einer Partnerschaft und diese zwei Facetten, die haben mich eben auf den spirituellen Weg gebracht. Die Suche nach Liebe und die Suche nach Selbsterkenntnis. Und so fing das früh an und ich hatte dann schon so Interesse, ich war ja nun, es war ein Glück, dass ich in Berlin geboren bin und da gab es schon esoterische Buchhandlungen. Wäre ich jetzt irgendwo auf dem Land geboren zum Beispiel, wäre es zum Beispiel so ein kleines Puzzleteilchen, hätte ich jetzt diese Zugänge gar nicht so leicht gehabt, aber ich war in Berlin und ich konnte die ersten esoterischen Buchladen, Buchläden schon mich reinbegeben und da rumschmökern. Und da ist diese Idee entstanden, ich möchte auch mal so ein Buchladen haben. Dann bin ich geführt worden, aus Berlin raus mit 26, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, Berlin ist mir zu groß, da gehe ich verloren, da bin ich überfordert, die Stadt ist auch viel zu viel Konkurrenz. Ich war da, fühlte mich dem nicht gewachsen. Und so kam es dann, dass über Kontakte, neue Freundinnen und so weiter, hat sich das ergeben, dass ich auf einmal in Landzug gewohnt habe und da fiel mir dann ein, ach genau, die Omnic, die hatte ich zu dem Zeitpunkt schon mal im Fernsehen gesehen, da war ich noch in Berlin. Und dann war ich in Landshut, habe diesen Buchladen aufgemacht und da fiel mir das Buch von der Omnic wieder ein, dass ich vor ein paar Jahren in Berlin eben noch mal in einer Talkshow gesehen hatte, wo sie mich so beeindruckt hat. Dann habe ich das Buch bestellt und dann fing es an, dass ich das Gefühl hatte, das ist es, das ist zu Hause. Das ist die Geschichte, in der ich mich jetzt endlich finde. Die Astralebene der Venus, wie sie Omnic in ihrer Autobiografie beschreibt, ist für mich die Märchenwelt, die ich für so real halte. Und nicht nur das, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich die Freiheit, die ich in dem Ganzen gespürt habe, dass ich entscheiden kann, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenken möchte. Und das ist ein Schlüsselsatz aus Omnächstlehre, wo die Aufmerksamkeit hingeht, geht die Energie hin. Und du kannst dir alles mit deiner Aufmerksamkeit erschaffen. Das ist so ein essentieller Spruch und ich finde, der ist so wichtig, sich immer mal wieder zu Gemüte zu führen und sich daran zu erinnern, dass die ganze Welt durch uns erschaffen wird. Durch jeden Einzelnen. Durch das, woran ich glaube und wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke. Man kann bestimmt sehen, wie Omnic und ich damals zusammen geschwungen sind. Wir haben gut harmoniert. Das tun wir auch, naja, heute ist es ein bisschen anders. Es ist jetzt 30 Jahre her ungefähr. Es ist so viel passiert in dieser Zeit. Dieses Foto hier rechts, das ist auch dort fotografiert worden, wo das Interview mit Joe Conrad war. Da hat Omnic mir ihr Nachthemd gegeben und mir den Bären reingesteckt und mir den Heiligenschein gebastelt. Also, und das Kleid hat sie auch selber gemacht. Typisch venusisch. Sie hat wirklich nichts anderes im Sinn gehabt, als Party, Tanzen, Nähen, Quatsch machen. Diese ganzen Strukturen des Denkens und des Geldsystems und alles das, was hier so künstlich errichtet ist, da ist die nie mit warm geworden. Selbst nicht mehr mit der Uhrzeit. Uhrzeit gibt es auf der Venus nicht. Also, ganz andere Uhrzeit. Das ist auch noch so ein Beispiel. Ich habe ganz bewusst, das ist ein Foto, das habe ich noch nie öffentlich gezeigt, aber weil Peter ja gesagt hat, ich soll ein bisschen was Näheres auch über Omnic erzählen und über die Zeit mit Omnic, habe ich gedacht, ich zeige euch ein paar Fotos, was wir wirklich erlebt haben. Und wenn ihr Fragen habt später noch oder so auch speziell, dann freue ich mich natürlich, wenn ich noch in das eine oder andere noch reinzoomen kann, wenn euch die eine oder andere Frage kommt. Denn das rüberzubringen, was das für ein Wesen ist und was das für einen Ausschlag hat, mit so einem Wesen wie der Omnic so nah zusammen zu sein und so intensiv zusammen zu sein über so lange Zeit, man muss es echt erlebt haben. Also, dieser Haufen hier, der ist nicht gestellt. Nein, solche Sachen sind einfach passiert. Die Omnic hat einen Venus Love Workshop einfach ins Leben gerufen. Dann hat sie Seidenbilder genommen, die habe ich damals gemalt, weil ich ja durch die Nähe mit ihr auch eine Kreativattacke gekriegt habe. Ich bin ja eigentlich überhaupt keine Künstlerin, also nicht identifiziert mit Malen und Singen und Tanzen und so weiter. Und plötzlich war die Omnic in meinem Leben und dann musste ich auf einmal Seidenbilder malen. Und das sind so Geschichten. Und dann hat die meine Bilder genommen und hat die aufgehängt, unter anderem da auch als Dekoration. Und ich war so unsicher. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich war die Unsicherheit in Person. Ich habe immer gedacht, das ist doch nichts wert und meine Bilder sind nicht schön. Und wieso machst du das alles? Gott, was hat die sich angestrengt, um mein Selbstbewusstsein aufzupäppeln über Jahrzehnte. immer ihre Liebe, die hat mir immer ihre Liebe gegeben, immer mich bestärkt, immer alles motiviert. Und wisst ihr, das, was wir einfach manchmal vielleicht zu wenig erlebt haben, auch als Kinder. Und ich sage nicht, dass irgendwelche Eltern an irgendwas schuld sind. Nein, die Eltern sind perfekt. Die haben auch meine alles getan, was im Rahmen ihres Bewusstseins halt wichtig und richtig war. Und trotzdem war die Omnic einfach so eine Form von Liebe und von Wertschätzung und von Anerkennung. Und das hat mich einfach unglaublich angehoben. Angehoben einfach so, ins Licht gehoben über die ganze Zeit. Das ist zum Beispiel der Tanz des Universums. Es gibt leider keine Aufzeichnung. Auch das ist wieder so eine Sache, so eine typische Geschichte. Zu der Zeit hat niemand gefilmt. Das ist das einzige Foto überhaupt, was ich von diesem habe. Und die Menschen, die das erlebt haben, die wissen, wie harmonisch die Omnic immer war, wie elegant sie war, aus sich selbst heraus. Die hat ja keine Tanzausbildung gemacht oder irgendwie sowas. Oder auch ihre Kostüme, die hat immer alles selber gemacht. Das ist nochmal ein ganz kurzer Auszug, damit ihr sie mal eben sprechen hört. Das ist ein Auszug aus dem Vortrag von 2003 in Berlin, wo ich neben ihr sitze. Der ist auch vollständig auf meinem YouTube-Kanal. Die Liebe, die euch vertraut ist, ist immer mit irgendwelchen Bedingungen verbunden. Ich liebe dich, wenn du. Ich liebe dich, weil du. Aber das ist nicht die Art von Liebe, die Gott hat. Der Schöpfer liebt euch einfach nur aus dem Grund, weil ihr existiert. Aus keinem anderen Grund. Und das müssen wir wieder lernen, dass wir dieses Liebesgefühl füreinander und für uns selbst wieder wiederfinden. Mit wahrer, bedingungsloser Liebe. Und das ist der einzige Weg, so zu lieben. Und ich kann nur sagen, dass ich alles, was lebt, liebe. Und ich akzeptiere alles, so wie es ist. Und ich liebe es, weil es einfach existiert. Und ich möchte euch jetzt dafür danken, die universal love and blessings be. Das bedeutet, möge die universelle Liebe und Segnungen sein. A Mural, Avakku, Barakadishad. Das kann ich nicht übersetzen. Habe ich ja schon. Ich bin schon auf fast einer Stunde. Klack, 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 fast forward. Bin nur sehr auf der Erde. Ja, das wäre jetzt noch der Ray. Dr. Raymond Keller hat ja Peter erwähnt. Also dieses Jahr waren beide auf meinen Konferenzen. Die zeige ich jetzt auch noch. Ich werde jetzt ein bisschen vorspulen, wenn, wie gesagt, wenn Fragen sind. Ich bin ja noch da. Das ist die eine Darstellung. Daraus könnte man wundervoll, da hat OMNEC damals Tages- und Wochenend-Workshops draus gemacht. Das ist die Darstellung der Gottwelten. So wie sie OMNEC vermittelt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich jetzt zu streiten über, nee, die Kausalebene, die muss orange sein. Und die grüne Ebene, wieso ist die jetzt so? Die Leute streiten sich um alle möglichen Dinge, die echt nicht relevant sind. Es geht doch um die Essenz. Es geht ja um die Botschaft. In dem Fall geht es natürlich darum, dass man sich ein Konzept vorstellen kann, wie die Gottwelten aufgebaut sein können. Nicht, wie sie sein können, wie sie sind, aber es ist eben eine konzeptionelle Darstellung. Und man kann es natürlich auch anders darstellen. Es gibt noch viele Unterebenen und Gott weiß was alles. Kurz gesagt, was wir hier sehen, ist im Zentrum das Weiße, das steht praktisch für Gott, für die Schöpfer, für die Schöpferkraft, die Quelle der Schöpfung, diese Quelle, die alles aus sich selbst heraus erschafft, was ist. In nie endenden Zyklen erschafft sie auch die Seelen. Die gelbe Ebene bestreift sozusagen, steht hier jetzt für die Seelenebene, dass jede einzelne Seele ein Funken Gottes ist, wie ein Tropfen aus dem Ozean und trotzdem ein Teil des Ozeans. Und das ist das, wenn man sagt, ich bin Gott oder ich bin eine Facette Gottes oder ich bin ein Aspekt Gottes, es ist alles gewissermaßen richtig und falsch gleichzeitig. Es ist ja nicht möglich, Wahrheit nur mit Worten auszusprechen. Denn die Worte sind ja physisch jetzt. Das, was nicht physisch ist, ist ja das, was zwischen den Worten ist, was der Klang ist oder das Licht ist. Und deswegen braucht es die Einkehr nach innen, um überhaupt eine Erfahrung der Gottwelten oder der Seele machen zu können. Gott-Erfahrung ist nicht möglich über nur Worte und nur über Mentalkörper oder über nur Lesen. Es braucht die Erkenntnis über die inneren Welten. Die gelbe, diese orange oder diese goldene Schicht steht in dieser Konzeption für die Grenzlinie zwischen den Welten der Einheit und den Welten der Dualität. Die Gott-Essenz, also das weiße Licht hier und das gelbe Licht für die Seelen sind sozusagen wie Welten der Einheit in dieser Darstellung. Vollkommenes Einheitsbewusstsein. Und dann gibt es so etwas wie einen Spiegel oder so könnte man es sich auch vorstellen. Das ist diese ätherische Ebene, so wird sie hier genannt. Diese goldene Ring. Und das ist diese Ebene, wo dann sozusagen die Dualität oder Polarität oder die dualen Welten beginnen. Und die dualen Welten oder polaren Welten, und deswegen habe ich hier noch diese Spirale so eingezeichnet, das soll diese Reise der Seele symbolisieren. Es gibt auch eine Seelenreise-CD von Omnic. Da hat sie auch ein Wochenend-Workshop drüber gemacht. Und vielleicht mache ich das auch irgendwann mal, weil das ist so schön, wenn man einfach in diese, wenn man dieser Energie, diesem Bewusstsein wirklich mal Raum gibt, dass man sich da einfach mal einen Tag mit beschäftigt und auch diese Meditation zusammen macht und da einfach mal eintaucht, tiefer taucht, in die Stille und in die Klänge. Und dann macht jeder für sich eine Erfahrung. Dafür hat sie diese Seelenreise-CD gemacht, damit die Menschen, die das machen, eine Erfahrung machen. Denn nichts kann einem jemand, eine Erfahrung kann einem niemand nehmen. Eine Erfahrung ist immer wahr, wenn ich sie gemacht habe. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ich kann sie nur teilen, ob du sie mir glaubst oder nicht, ist ja eigentlich irrelevant. Denn meine Wahrheit ist doch meine Erfahrung. Und ich habe an der Seite von Omnic so viele Erfahrungen gemacht, auch spirituelle Einweihungen erlebt, durch sie ausgelöst oder auch in der Folge von ihrer Präsenz in meinem Leben. Und jetzt vor zwei Jahren nochmal eine nächste Öffnung, die mich überhaupt befähigt, hier zu stehen und diese Konferenzen zu organisieren. Das ist alles durch die innere Öffnung, durch die innere Kraft, weil ich mit diesem Feld, weil ich mich dafür inkarniert habe sowieso, aber auch, weil ich mich damit mein Leben lang beschäftige. Wo die Aufmerksamkeit hingeht, geht die Energie hin. Und ich habe mich dafür entschieden, dieser Welt, der spirituellen Welt, meine Aufmerksamkeit zu geben. Hundertprozentig. Und alles andere Äußere und auch mein eigenes Äußeres, das wird hier dargestellt durch den Mentalkörper, ist die blaue Ebene, Kausalkörper, die lilane Ebene, die astrale Ebene, ist hier der pinke Ring und die physische Ebene, ist der grüne Ring. Das sind alles duale Felder, duale Energiefelder, die alle diese zwei Seiten haben. Und das ist wichtig, so lerne ich es oder so versuche ich es auch zu praktizieren, immer wieder die Beobachterposition einzunehmen oder gleichzeitig auch den Beobachter einzuschalten, weil die Seele ist immer neutral. Die Seele ist der Beobachter, die wertet nicht. Die sagt nicht, der ist doof und das ist gut. Und das ist eben so komplex, weil wir sind ja multidimensional. Und deswegen, wenn man sich jetzt nur mit einer Facette nur identifiziert und immer Partei angreift und immer nur dies gut und schlecht und so weiter, dann kommt man ja nie in der Mitte an. Aber wenn ich mich auch mit der Mitte identifiziere und ihr Raum gebe, dafür sind ja auch die Gebete hier da, im Tempel zum Beispiel und die Meditation und auch Yoga-Praxis, diese ganzen Facetten, die ja hier praktiziert werden, die sind ja alle dafür da, sind ja alle Schlüssel, um immer mal wieder in diese innere Mitte einzutauchen und ihr die Aufmerksamkeit zu geben. Viele Menschen, die draußen rumlaufen, haben das in ihrem ganzen Leben nicht ein einziges Mal bewusst gemacht. Da wird der Fernseher angeschaltet und das ist die Welt, oder? Oder die Zeitung aufgeklappt und das ist die Welt. Oder die Gespräche oder was auch immer. Aber die wahre Welt ist die innere Welt. Und um einen Unterschied zu machen und um wiederum unsere Schöpferkraft zurückzukehren, braucht es die bewusste Aufmerksamkeit der inneren Welt. Was haben wir da noch Schönes? Ah ja, ich habe natürlich auch keine Zeit mehr für, aber das wisst ihr ja schon alles, dass die Transformation der Erde gerade und nicht nur gerade, sondern eine, ich sage mal, so beschlossene Sache ist. Also, dass die Erde durch einen Zyklus geht des Aufstiegs, der Schwingungserhöhung, dass sie das selber beschlossen hat und meine Erfahrung oder nicht meine Erfahrung, sondern meine Information über die Linie von der Omnic und ihre Lehren ist eben, dass die, dass eben, wie ich schon erwähnt habe, die Gefahr bestand, dass die Erde der Zerstörung zum Opfer fällt sozusagen, wenn die negativen Kräfte die Erde, wenn die Überhand nehmen. Also, wenn die, wenn die nicht, ich will nicht sagen, dass die negativen Kräfte komplett alle konvertieren werden, das müssen sie auch nicht, sie können ja auch desinkarnieren und woanders weiterspielen sozusagen. Also, aber die Erde, die muss sich lösen von diesem zerstörerischen Dualitätsfeld und der absoluten Beeinflussung der Unbewusstheit oder auch der bewussten Machtausübung, sondern es geht jetzt wirklich in Richtung Selbstermächtigung und wir sind diejenigen, die auch die neue Welt erschaffen. Die wird uns nicht von außen gebastelt, sondern das machen wir über unser inneres Erwachen und deswegen die Spiritualität, die ich und Omnic schwerpunktmäßig transportieren. Das ist hier so eine Darstellung der Schwingungserhöhung oder des Transformationsprozesses, also der Weg von 3D nach 5D oder auch der Weg aus der Matrix, wie es ja auch Peters Kongress immer so schön heißt. Das ist eine Darstellung, natürlich recht anschaulich, man kann sich das gut überlegen, da kann man auch in jedes einen reinzoomen, dass angstbasierte Handlungen oder kein Vertrauen in das Universum, an Bedingungen geknüpfte Liebe, Ergebniskontrolle, also immer alles, was ich mache, braucht ein Ergebnis, ja, Geld verdienen oder Erfolg oder so, das ist immer dieses etwas umzumachen, ego-getrenntes Bewusstsein, also ich bin hier, du bist dort, das ist diese Illusion der Getrenntheit, das ist die Identifikation mit drittdimensionalem Bewusstsein. Es ist ja nur eine Bewusstseinsebene sozusagen. 3D kann auch physisch sein, aber es ist eben, mit 3D ist hier das getrennte Bewusstsein gemeint. Mangeldenken, Opferhaltung, die fehlende Selbstliebe oder auch das Projizieren auf äußere Autoritäten, das Warten darauf, dass es irgendjemand anderes alles richtet, also entweder ein Religionsführer wiederkommt oder dass es die Politiker machen oder dass ein Wunder passiert oder sonst was, also es ist alles dieses Denken, was nach außen gerichtet ist. Das ist die drittdimensionale Welt sozusagen, dass man alles abhängig macht von dem Äußeren, wobei die Schöpferkraft hier im Inneren liegt. Die Suche nach Liebe außerhalb von sich selbst, da bin ich auch Profi drin, aber nicht mehr, ich habe es auf jeden Fall überwunden, das steht in meinem Buch. Und 5D Erde wäre dann eben ganz klar die Entscheidung, also auch das zeigt schön, wo stehe ich, was mache ich gerade, was passiert hier, wo gehe ich meine Aufmerksamkeit hin. Das bedeutet natürlich auch radikale Selbsterkenntnis oder radikale Selbstehrlichkeit. Wertschätzung und Dankbarkeit, Grenzenlosigkeit, Geduld, Fülle, Glückseligkeit, Seele ist Einheitsbewusstsein, die Angstfreiheit und natürlich die Identifikation mit der göttlichen, bedingungslosen Liebe. Das kann man nicht machen, das kann man nur sein. Liebe ist und wenn sie ist und erkannt ist, dann drückt sie sich von alleine aus und das spüren andere. Das spüren auch Tiere natürlich. Tiere sind ja in der Liebe. Pflanzen sind in der Liebe. Die sind ja nicht getrennt. Vertrauen ins Universum, spirituelle Meisterschaft. Das sind Worte von Ray. Passt es einfach schön zusammen. Der Planet Erde durchläuft derzeit einen dimensionalen Aufstieg. Damit sich die Erdbewohner mit dem Transformationsprozess mitbewegen können, müssen sie durch die Anhebung ihrer eigenen Schwingung ihr Bewusstsein erweitern. Das Erleben des individuellen Himmels hängt nicht davon ab, was der Mensch während seines Lebens erreicht oder nicht erreicht hat, sondern davon, wie sehr er sich der unendlichen Liebe der göttlichen Gegenwart geöffnet hat. Gott ist Liebe und ebenso wie die Erde ist die weiterentwickelte Venus ein Teil des göttlichen Plans und des himmlischen Königsreichs. Als Schwesterplanet der Erde unterstützt die Venus den inneren Aufstieg des Menschen durch ihre harmonische Strahlung, die sie kontinuierlich zur Erde und in die Herzen der Menschen sendet. Und Omnic ist zum Beispiel ein Repräsentant dieser Strahlung. Ray ist ein Repräsentant dieser Strahlung und alle Seelen, die da inkarniert sind und damit in Resonanz gehen, sind auch Träger dieser Strahlung. Wir pflanzen das alle fort wie ein Licht, das dann wieder ein anderes Licht entweder anzündet oder zum größeren Strahlen bringt. Und dieses Licht bricht die Matrix. Denn da, wo Licht und Liebe und Einheitsbewusstsein ist, da kann keine Kontrolle und keine Macht ausübung und keine Manipulation mehr herrschen. Deswegen ist es so relevant, diesem inneren Licht Wertschätzung und Präsenz und Aufmerksamkeit zu geben. Das ist nur noch mal ein anderes Bild in anderer Darstellung. Wie eben gesagt, das habe ich gebastelt, das ist auch eine Darstellung der Zweientwicklungsrichtung am Ende des 3D-Zeitalters. Also es wird ja viel auch vom Split der Erde gesprochen, in die Richtung, in die Richtung und so. Gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein, wer das gerne sich anschauen möchte. Das ist in meinem Buch drin. Ich habe es im Grunde genommen ja eben auch schon erklärt. Das zeigt jetzt nur noch mal einen anderen Aspekt, nämlich, das basiert auch auf einem Video von Robin Kaiser. Das fand ich sehr inspirierend, weil er hat erzählt, dass die Menschen jetzt eben sozusagen die Wahl haben. Sie haben praktisch im Moment, das ist wie, als würden sich alle Türen gleichzeitig öffnen und die Seelen können wählen, ob sie sich entweder weiter verdichten wollen. Das stellte er dar als die vierte Matrix, also die digitale Matrix in virtueller Welt. Das ist jetzt also auch eine Option für die Menschen, die eben weiter in die Vertiefung gehen möchten, die weiter in die Technologisierung, in die komplette Computisierung, die sich völlig identifizieren wollen mit künstlicher Intelligenz, die sie also auch in ihrem Körper gerne haben möchten und die sich darin also auch weiterentwickeln wollen in diese totale Kontrolle. Weil diese Richtung gibt es ja offensichtlich auch. Das wissen ja sicher alle von euch. Und dann gibt es aber auch diese andere Richtung und das ist eben die 5D-Erde. Und es gibt auch alle anderen Optionen. Es gibt auch die Möglichkeit, komplett gleichzeitig mit dem vollkommenen Urschöpfer wieder in die Einheit zu kommen. Also jedenfalls ist das eine Darstellung, über die man sich Gedanken machen kann oder die man mal reflektieren kann, was es alles für Wahlmöglichkeiten gibt, wie frei wir in Wahrheit sind als Seher. Das hatten wir gestern auch. Genau, je besser du ausgerichtet bist, desto höher schwingst du. Das hatten wir gestern, ich gehe gleich noch kurz drauf ein, auf das neue Chakrasystem. Also der galaktische Mensch, das ist aus einem Buch von 1994, auch Vorreiter gewesen. Mir fällt gerade der Titel nicht ein, aber ich, ja, Becoming a Galactic Human Being, das ist meines Wissens nach auch gar nicht, nie auf Deutsch von Sheryl Neidle. Das ist gar nicht auf Deutsch übersetzt worden. Da ist auf jeden Fall diese Abbildung drin, des neuen Chakrasystems. Omnic ist das damals zugetragen worden, auch als wir am Anfang waren, der öffentlichen Zeit. Und das, also jemand, ich glaube der Musikmanager, der hat ihr dieses Buch gezeigt und sie hat gesagt, genau das ist es, was passiert. Und dann hat sie das auch in ihren Workshops und Vorträgen weitergegeben und hat diese, ich musste immer die Kopien machen und die den Leuten verteilen, damit die Menschen sich damit beschäftigen und sich bewusst machen, dass wir übergangsweise ein erweitertes Chakrasystem installiert bekommen sozusagen, weil nach und nach die höheren Fähigkeiten wieder zurückkehren zu den Menschen. Also je höher die Schwingung wird, desto mehr Fähigkeiten kehren zurück, wie zum Beispiel die Telepathie und die Hellhörigkeit und die außersinnliche Wahrnehmung, die Fähigkeit wieder vollbewusst zu sein und diese ganzen außersinnlichen oder übersinnlichen Fähigkeiten, die Kommunikation mit den anderen Welten, die ganzen hohen Fähigkeiten, die wir als galaktischer Mensch oder als vollbewusstes Wesen, als Lichtwesen sozusagen alle haben. Die sind alle potenziell schlafend in jedem Einzelnen. Und im Zuge der Transformation der Erde werden die eben wieder nach und nach aktiviert. Und sie hat früher immer gesagt, ihr werdet eure Mickey-Maus-Grohren spüren. Damit meinte sie hier diese galaktische, weibliche und galaktische, männliche Energie, die sich wieder aktiviert. Und ich habe das damals im Jahr 2000 wirklich gefühlt. Ich hatte das Gefühl, hier sind zwei kleine Gizmos irgendwie, so Antennen, die sich auf einmal aktiviert haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber und eben die ganzen körperlichen Symptome, bevor man also gleich Angst bekommt, wenn mal ein Kopfschmerz da ist oder irgendwie Unruhe oder eine schlaflose Nacht oder sonst was, kann alles was mit diesem Transformationsprozess zu tun haben, der eben auch über die körperlichen, über den Körper dann eben läuft. Also wenn sich irgendein Energiezentrum vielleicht gerade aktiviert, kann es sich natürlich auch sehr gut in verschiedenen physischen Symptomen bemerkbar machen. oder auch so hohe Töne in den Ohren oder kurze Schmerzen, verschiedene Arten der Symptome, die dann aber wieder weggehen. Besonders natürlich, wenn man sagt, okay, ich transformiere nur, aber ich sterbe jetzt gerade nicht, dann ist es natürlich noch besser, wenn man mit dem ganzen Prozess und mit sich selbst entspannt in der Lage ist, umzugehen. Die Vorstellungskraft ist der Schlüssel zur Schöpfung. Wie viele Slides habe ich da noch? Ich bin gleich durch. Ich glaube, dazu ist auch entweder ganz viel zu sagen oder gar nichts zu sagen. Ufo-Konferenz 2024 in der großen Stadthalle Memming und die von der Venus mit Liebe-Konferenz. Es lag und liegt mir schon am Herzen, euch das einfach zu zeigen, denn ich bin schon auch stolz irgendwie, also nicht egomäßig stolz, sondern ich freue mich auch, dass das einfach passiert ist, dass ich so in so eine Kraft gekommen bin durch eine erneute Aktivierung meines Herzens auch und meines Bewusstseins, dass ich mich so führen lassen kann mittlerweile, dass solche Sachen entstehen. Und ich finde das phänomenal. Also ich finde das einfach großartig. Ich hätte mir sowas vor 20 Jahren nicht träumen lassen. Da habe ich mich nicht mal getraut, einen Pieps zu sagen vor Leuten. Und jetzt ist sowas möglich. Und das ist einfach, weil die Führung sagt, ja, Menschen wollen zusammenkommen. Menschen wollen auch im Physischen zusammenkommen. Und da sehen wir ja, was in der C-Zeit alles passiert ist. Also dieses Massive. Es ist wirklich wie eine Karikatur. Könnt ihr euch noch an die Bilder erinnern mit den Stadien, wo Leute sich dann in kleine Käfige haben einsperren lassen, um irgendeinem Musiker zuzuhören? Also ich habe gedacht, nee, ich ziehe mich lieber so lange aus dem Feld raus und arbeite mit mir selbst und bleibe bei mir, bevor ich das mitmache. Also ich war nicht fähig, sowas mitzumachen. Diese Art von Getreffung. Und dabei Spaß haben. Also in einer Schachtel sitzen und dann irgendwie einem Musiker zujubeln. Das ging für mich gar nicht. Oder ich bin auch nicht ins Restaurant gegangen. Ich bin gar nicht. Ich habe das wirklich als eine Zeit genommen, die ich für Innenschau verwendet habe. Und um mit mir selbst zu arbeiten und um für mich sozusagen herauszufinden, wie geht es weiter, was will ich und so weiter. Ich hatte das Gefühl, ich setze das aus. Also ich habe es ausgesessen. Und heute umso stärker und umso besser denn je kommen jetzt solche Sachen zustande, wie solche tollen Konferenzen. Ja, das sind nochmal zwei schöne Erinnerungen. Die ganzen, die zum Teil dem Bürgermeister von Memming so auf den Schlitz getreten sind. Keine Ahnung. Die meisten von euch wissen es ja schon, dass die nächste Konferenz, die jetzt die Fortsetzung der von der Venus mit Liebe Konferenz nächstes Jahr auf Schloss Hohenfels wieder stattfindet. Denn dort sind wir willkommen. Also da gab es sofort die Frau, mit der ich dort zusammenarbeite, vor Ort im Schloss, die kam gleich auf mich zu, hat mir gesagt, ich habe dir schon den 3. bis 6. Juli 25 vollreserviert. Willst du wiederkommen? Und ja, habe ich natürlich sofort zugesagt. Und jetzt ist das schon so ein großes Feld. Jetzt kommt da noch ein weiterer Kopf drauf. Die Cecilia Sifontes, die ich vorgestern kennengelernt habe. Und alles dazu folgt jetzt auf meinem YouTube-Kanal und über meinen Newsletter. Also wenn ihr ein bisschen das Ganze verfolgen wollt oder auch, es gibt jetzt auch Frühbuchertickets schon, bis auf jeden Fall bis zum 15. Februar. Ich weiß noch nicht, ob ich es verlängere, aber jetzt gibt es eben sehr vergünstigte Tickets. Das, ja, dann lade ich euch natürlich sehr, sehr gerne ein. Ihr könnt meine, also eure Nachrichten, ich lade euch nicht zur Konferenz ein, sondern ich lade euch ein, eure Namen zu hinterlassen, wenn ihr in den Newsletter rein möchtet oder ihr könnt euch auch selbst anmelden, wenn ihr auf dem Laufenden sein möchtet. Und wenn dazu jemand später noch eine Frage hat, also Omnic und Ray sind jetzt im Moment nicht eingeplant für diese Konferenz, aber wir sind ja jetzt hier gerade in ein schönes Gespräch gegangen. Das ist ja auch ein Grund, warum ich hier war. Ich habe ja mit dem Swami Madana und mit dem Peter schon einen Termin ausgeguckt für die nächste große UFO-Konferenz. 2.0 wird sie dann vielleicht heißen, außer, ich weiß nicht, ob das komisch ist. Ich hatte auch schon gedacht, vielleicht wohl Punkt 2 oder so, aber auf jeden Fall wird das dann dasselbe Bild bekommen mit demselben UFO und ich versuche auch dieselben Sprecher auf jeden Fall. Was heißt, ich versuche, ich lade dieselben Sprecher wieder ein, die dieses Jahr auf der UFO-Konferenz dabei waren und hoffe natürlich, dass sie alle kommen und das könnte auch bedeuten, dass dann die Omnic vielleicht wirklich das allerletzte Mal nach Deutschland kommt. Ich dachte schon, es wäre dieses Jahr das letzte Mal gewesen, wenn ihr sie also mal noch körperlich erleben möchtet, vielleicht klappt es und die anderen eben auch, aber damit wir nicht dann da begrenzt sind auf diese acht Personen, habe ich eben schon gedacht, dann machen wir das größer, dann wird das eben eine viertägige Konferenz und dann gibt es auch noch andere Sprecher, noch neue Sprecher, die ich auch noch versuche, mit dazu ins Feld zu nehmen, die mit der ganzen Thematik auch, die da einfach sehr gut reinpassen. Also einen Werbeteil mache ich jetzt nicht noch, die meisten Sachen habe ich hinten auf meinem Tisch, wenn ihr schauen möchtet und Fragen dazu habt, gerne zu mir und damit schließe ich das ab und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.